Miau! Willkommen zurück zu Alien Isolation. Auf der Suche nach Morley. Oder nach Swarley. Immerhin schon den ersten Hinweis bekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und irgendwas da drinnen macht ganz gruselige Geräusche, deswegen gehen wir hier auch einfach weg. Ups. Ich schmeiß hier die Pylonen um. Okay, ich glaube da links müssen wir dann gleich lang. Gucken wir erstmal, was wir hier noch so mitgehen lassen können. Mir juckt mein Müsli von vorhin im Hals. Was soll das? Also da wir ja die Karten neu aktualisieren mussten, gehe ich davon aus, dass das hier neu ist, aber es sieht natürlich genauso aus wie das, wo wir gestartet sind. Ja, und wir sind auch im Kreis gelaufen. Okay, alle Türen führen da hin. Dann wissen wir jetzt ja, wo wir langen müssen. Und das Kamerageräusch, das uns verfolgt, macht mir Angst. Ich weiß aber nicht, ob das was Bestimmtes bedeutet. Oh, Rohrbombe. Ich weiß aber nicht, ob das was Bestimmtes bedeutet. Hör ich's. Scheiße. Jetzt läuft's hier rum. Da kann man speichern. Da stand keine Gefahr in der Nähe. Okay, dann war das wohl falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte es gehört. Oh Gott. Alter, ich bin so erleichtert, dass wir jetzt hier gespeichert haben. Denn wir haben ein gutes Stück zurückgelegt. Ich hör's doch da draußen definitiv. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Jetzt ist es aber da. Ja, ich hör auch Türen. Ich lass den Geräuschmelder, den Bewegungsmelder da, wo er ist. Hm? Das hat mich so erschreckt, letztes Mal. Ich hab schon dann befürchtet, ob das an dem Ding lag. Aber ich hätte einfach... Ich hab mich zu sehr damit wohl gefühlt, um zu glauben, dass die Gegner es hören können. Weil's ja aber auch wirklich ganz gezielt zu uns gerannt ist, ne? Ich kann nicht raus, wenn's da noch so nah ist. Ja. Zehn Minuten jetzt hier im Schrank, oder? Geht doch. Ich finde aber, es ist, was die Versteckmechanismen und so angeht, eines der realistischsten Spiele. Also ist ja klar, dass die das hören. Also man muss schon... Man fühlt sich wirklich so... Wie sie im Spiel. Dass man sich wirklich so sehr verstecken muss und ultra leise sein muss. Ich hätte jetzt gehofft, dass das vielleicht gerade in der Decke verschwunden. Sehr schade, dass man jetzt den Bewegungsmelder auch nicht mehr inflationär benutzen darf. Irgendwo macht's Radau. Ich weiß wirklich nicht, wie laut ihr das hört. Ich versuch's gleich vielleicht einfach mal. Muss ich lang? Erstmal unters Bett! Boah. Was ist das denn hier für ein Riesenbereich? Schön lang gestreckter Flur. Mit viel Platz, wo das Alien uns fletschen kann. Was ist das denn? Außer Betrieb. Ist kein sehr hübsches Krankenbett, wenn ihr mich fragt. Das hört es doch bestimmt, wenn ich da jetzt die Tür zumache, oder? Kann ich's da drin einsperren? Guck mal, ein Schuh. Ich wüsste ja gerne, was das ist. Ich weiß noch nicht, wie effektiv es unter diesen Betten ist. Ich hab nämlich das Gefühl, wir werden hier ganz leicht gesehen. Weil wir ja auch gut gucken können von hier drunter. Ich hab auf Benutzen geklickt, aber ich weiß nicht, was das dann getan hat. Okay, ich hab irgendwas ausgemacht, aber was? Warum konnte ich diese Tür zumachen? Das verstehe ich gerade echt nicht. Also das Räumchen ist ja auch zu klein, als dass wir da drin genug Zeit und Platz hätten, um dann jemanden da drin einzusperren. Da hinten war wieder eine Karte zum Aktualisieren. Okay, damit können wir ein gutes Stück Weg sparen. Mir darf auch gerne mal jemand sagen, ob es uns bei mir drin rumlaufen hört. Und bitte auch, ob solche Betten, die links und rechts Platz haben, eine schlechte Idee sind. Es geht einmal ganz drum rum. Ach, ich dachte in der Mitte wäre ein großer Raum, dabei sind's tausend kleine. Okay. Okay. Okay, ich muss mir unbedingt merken, welche wir schon abgesucht haben. Ich weiß nicht, ob es was bringt, in all diesen Räumen das Klo zuzumachen und dieses Gerät auszuschalten. Oder müssen wir es überall an und auf? Ich weiß es nicht. Hm. Na toll. Habe ich befürchtet. Jetzt hat er es gesehen. Ah, fuck, okay. Jetzt waren wir aber auch wirklich zu langsam da drunter. Aber bitte schreibt mir mal. Ich weiß, ach, ich nehme ja schon wieder auf, bevor ihr mir antworten könnt. Ob die uns da generell unter diesen Betten sehen? Ach Mist. Ich, also ganz ehrlich, ich brauche doch auch vor dem Fiend nicht wegrennen, oder? Also ich habe immer das Gefühl, beim Alien, wenn es uns gesehen hat, dann haben wir einfach gelost. Jetzt müssen wir noch ganz dahinter. Ey, diese Speicherstinde. Schrecklich. Ganz schrecklich, ne? Ja, hier lang. Gab es hier noch was zu holen? Nee. Hier drin war ich selber nur ganz lange versteckt. Okay. Karte zum aktualisieren war wohl immer auf beiden Seiten. Das hier sind dann also wieder zu ne Türen. Und ich wette, in den beiden Räumen, wo wir jetzt nicht so schnell drankommen, ist die Schlüsselkarte. Was ist das da? Ich habe jetzt auch leider die Ausweissachen aus diesem einen Räumchen nicht. Bloß nicht den Bewegungsmelder jetzt zücken. Ganz leise. Nicht mal atmen. King. Hilf uns. Das hört uns bestimmt, wenn ich hier rauskomme. Ey, auch immer dieser lange Schwanz. Ey, dieses Spiel tut dem Alien-Franchise so gut nach Colonial Marines, ne? Oh. Könnte sein, dass wir den Jackpot gefunden haben. Da traue ich mich da drauf zu klicken, wie ich sehe. Schlüsselkarte. Ziel abgeschlossen. Sehr schön und gut. Bringt mir aber nichts, wenn das Spiel mir das nicht speichert. Obwohl nein, ich glaube, dann kann ich den generellen Spielstand laden. Okay, jetzt können wir da nicht mehr rausgucken. Also, der nächste Speicherpunkt ist weit weg. Und wir haben die Schlüsselkarte. Wir haben es geschafft. Ich werde mich trotzdem auf dem Rückweg noch in den Räumen umgucken, damit wir noch ein bisschen was sammeln können. Der King ist auch ganz fertig mit den Nerven. Es ist auch echt heiß. Es wird Zeit, dass wir jetzt mal wieder die Fenster aufmachen und lüften können, ne? Danke fürs Zusehen. Ich bin doch ganz froh, dass wir das geschafft haben. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und seid am Montag wieder mit dabei. Und, ist das jetzt die nächste Woche? Ne, wie heißt es? Dann wird, weiß ich. Ne, es ist jetzt diese Woche noch. Es ist jetzt gerade Dienstag, wenn ich den Mittwoch- und Freitag-Part aufnehme. Also, geht an den Strand, trinkt was Kaltes, sterbt nicht den Hitzetod. Ich weiß selber noch nicht, wie das bei mir laufen wird. Werden wir sehen. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis Montag.